Die Entscheidung ist gefallen. Im Sporthilfe-Club der Besten auf Fuerteventura feiern rund 80 anwesende Spitzensportler den Nachfolger von Christina Vogel. Unser Bester 2019 ist ein Träumer. Er ist ein Kämpfer. Markus Eisenbichler. Skispringer Markus Eisenbichler krönt damit seine außergewöhnliche Leistung beim dreifachen WM-Sieg in der letzten Wintersportsaison. Wegen eines Wettkampfs kann der 28-Jährige seinen Preis nicht persönlich entgegennehmen. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe natürlich bei der Abstimmung auch mitgemacht. Ich bin natürlich ein bisschen überwältigt und jetzt ärgert es mich, dass ich nicht da bin. Der Eisen ist einfach ein super Typ und eine mega Granate. Er hat es einfach verdient nach der Saison, was er dann in Innsbruck und Seefeld gezeigt hat. War einfach fantastisch. Als zusätzliche Belohnung darf sich der Skisprung-Weltmeister über eine Traumreise und einen vollelektrischen City-Flitzer freuen. Das Besondere, gewählt wurde von den 4000 Sporthilfe geförderten Athleten selbst. Die Abschlussgala ist das Highlight einer ereignisreichen Eventwoche für Deutschlands erfolgreichste Sportler eines Jahres. Der Club ist einfach genial. Es macht super viel Spaß. Es ist eine ganz tolle Woche und ich gönnte es jedem Athleten, der hier mit dabei sein kann. Eisenbichler ist der 20. Titelträger seit Beginn der Auszeichnung der Deutschen Sporthilfe und damit bereits für das nächste Jahr qualifiziert. Die Auszeichnung der Deutschen Sporthilfe und damit bereits für das nächste Jahr qualifiziert. Die Auszeichnung der Deutschen Sporthilfe und damit bereits für das nächste Jahr qualifiziert.